Metallrente wächst stetig nicht nur an Kundenunternehmen, sondern auch an versicherten Personen und unsere Schultern werden nun wieder ein bisschen breiter. Neben den Konsortialpartnern der Allianz, der Swiss Life, der R&V und der Ergo gewinnen wir ab 1. Juli dieses Jahres die Versicherungskammer hinzu. Wir arbeiten mit mehreren Versicherungsunternehmen, namhaften Finanzpartnern zusammen, weil wir damit eine bestimmte Sicherheitsphilosophie verbinden, denn wir wollen Risiken so breit wie möglich verteilen zugunsten unserer Kunden. Unser Auftrag ist im engeren Sinne sozialpolitisch. Wir wollen da, wo staatliche Leistungen nicht ausreichen, diese ergänzen durch unsere Angebote. Und die sollen so sicher wie möglich sein, so zuverlässig wie möglich sein. Mit unseren Angeboten setzen wir darauf, dass die Beschäftigten den Schutz bekommen, den sie benötigen. Wir sind überzeugt, die breite und überregionale Beratungsexpertise unseres neuen Partners, Versicherungskammer, wird uns dabei helfen, zusätzliche Vorsorge zum Schutz der Arbeitskraft noch stärker als bisher in die Breite zu tragen. Und das ist das, was wir sehen, wie möglich sein, wie möglich sein, wie möglich sein. Und das ist das, was wir sehen, wie möglich sein. Das ist das, was wir sehen, wie möglich sein, wie möglich sind und wir sehen, wie möglich sein.